hi zusammen hier ist paul dieses bild kennt ihr bestimmt also ich habe das schon mal gezeigt vor zwei jahren war ich auf gran canaria und da habe ich mein skelett hugo mitgenommen um genau dieses bild zu machen und jetzt habe ich die bilder noch mal angeguckt und habe gedacht es wäre vielleicht interessant wenn wir die wüsten atmosphäre noch ein bisschen suggerieren können also noch ein bisschen intensiver gestalten können die wüste ist hier jetzt ziemlich langweilig und ich habe gedacht also ich werde jetzt hier ein oder zwei trockene bäume einpflanzen und dazu gibt es jetzt eine interessante funktion in photoshop creative cloud und zwar könnt ihr jetzt skript basierte muster für die füllung der ebenen verwenden wie geht das das ist ganz einfach wir gehen jetzt zum beispiel auf datei neu und dann werde ich hier eine datei erzeugen die die größe zum beispiel 500 mal 500 pixel hat so und dann können wir hier eine neue ebene erzeugen dann gehen wir auf bearbeiten fläche füllen und hier kann man zum beispiel mit vordergrundfarbe füllen mit hintergrundfarbe einfach mit einer bestimmten farbe die wir mit wähler hier auswählen können oder wir gehen jetzt auf muster und bei muster gibt es ziegel füllung dreher bindungen und so weiter bilderrahmen das alles uninteressant ich habe hier schon ausgewählt also wir nehmen jetzt einfach baum baum ist sehr interessant ich war eine gleich also dazu brauchen wir keine fotos von den bäumen also diese bäume werden in photoshop generiert und die sehen natürlich nicht hundertprozentig fotografisch aus aber wenn solche bäume hintergrund stehen sollen dann ist das kein drama und das klicke ich mal auf ok und dann bekomme ich jetzt sowas hier das ist ein auswahl fenster wo ich die bäume auswählen kann zum beispiel nehme ich jetzt ulme und wenn ich jetzt die blätter menge einbaue hier dann sieht das zum beispiel so aus aber für unsere wüste wird das wahrscheinlich nicht ganz so geeignet sein weil wenn ein baum in wüste steht dann ist er trocken und sieht ungefähr so aus ich habe mir schon überlegt also welcher baum ich nehme und da habe ich gedacht ich nehme mal sakura kirschblüte oder wir nehmen chinesische feige also chinesische feige sieht sehr exotisch aus also passend für die wüste und ich denke diesen baum können wir sehr gut hier verwenden wir können auch festlegen wie wir zum beispiel die lichteinführung machen also hier steht zum beispiel die sonne ist ja also ziemlich weit oben also das heißt dieser baum wird von oben ausgelöchtet aber das möchte jetzt natürlich nicht möchte dass das licht leicht von links kommt da sieht man auch hier sieht man hier nicht naja ist egal auf jeden fall auf dem foto ist das licht von links und hier werde ich die lichtposition auch entsprechend machen also ich mache jetzt einfach mal ganz von links und das ist jetzt okay so dann gibt es hier natürlich noch rauschen hinzufügen blätter flat shading zweige und so weiter also das sind so optionen die wird im prinzip nicht brauchen weil ich brauche diesen baum im prinzip in einer sehr einfachen form warum weil ich werde die ebene mit diesem baum später sowieso ziemlich stark weich zeichnen weil steht im hintergrund so jetzt klicken wir mal auf ok und das dauert ein bisschen also wir haben jetzt hier fortschritt balken also je nach bildgröße wir haben jetzt gerade 500 x 500 pixel das ist nicht sehr groß aber angenommen ich hätte jetzt 3000 x 3000 pixel genommen das wäre natürlich schon sehr viel holz ja im wahrsten sinne des wortes aber jetzt sind wir gleich fertig und dann zeige ich wie wir diesen baum in die wüste einpflanzen können so das ist jetzt der baum ja und hier haben wir den baum auf einer extra ebene das passt schon mal sehr gut und dann kann ich diese ebene jetzt einfach mal mit dem verschieben werkzeug rüber ziehen gut also jetzt in dem fall sieht das ziemlich unrealistisch aus und der baum ist jetzt einfach zu groß für dieses motiv und würde sagen also wir machen das klein und dezent so dass der baum irgendwo hier oben auf dem hügel ziemlich verlassen steht so zum beispiel ja ja und das passt schon mal gut dann machen wir folgendes ich werde jetzt die ansicht vergrößern und schaut mal also hier hier hinten ist alles sehr unscharf deshalb gehe ich auf filter weichzeichnungsfilter gausscher weichzeichner geht hier wunderbar und dann können wir die schärfe des baumes festlegen so dass man erkennen kann dass das ein baum ist aber soll ziemlich unscharf im hintergrund stehen und so sieht das jetzt aus ja ich kann das auch ein bisschen weiter nach rechts stellen oder ganz so ja bei bedarf können wir sogar die deckkraft des baumes verringern so dass niemand auf die idee kommt dass wir hier irgendwie was manipuliert haben und so steht unser baum ganz oben auf dem hügel ja also ich würde hier auf jeden fall noch unten an dem baum ein bisschen was weg radieren also machen wir so dann nehmen wir radiergummi werkzeug mit der härte auf jeden fall null und dann machen wir das so dass wir hier einfach eine weiche spitze haben und so sieht das aus das auf jeden fall ganz gute geschichte wenn wir solche composings machen und schnell mal ein oder zwei bäume einbauen wollen dann funktioniert das sehr gut aber wie gesagt fotografisch sieht das ganze nicht aus aber für solche kleinere verschönerungsoperationen ist das eine sehr gute geschichte in photoshop kreativ cloud dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss